Oh. Kaputt. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Trau den Boden nicht. So. Kaputt. 50% Lebenspunkte. Das ist echt nicht so schön. Aber für Gold sieht echt okay aus. 7700. Und das ganz ohne Bosskills. Deswegen hatte der letzte Held ja so viel. Weil zwei Bosse umgebracht hat, verdammt. Oh. Tun was. Wow. 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 Das war garstig. Was haben wir hier? So ist da bestimmt auch wieder einer. Richtig. Vier Treffer. So. Nö. Soweit nix. Aber wir schlagen uns relativ gut. Ich sollte eigentlich mal zurück ins erste Gebiet. Und mich da ähnlich gut schlagen. Und dann noch weniger Schaden nehmen. Und genug Lebenspunkte bekommen. Und den Boss doch noch zu versuchen. Oh. Das wäre glaube ich das sinnvollste. Also. Machen wir das doch ausnahmsweise mal. Äh. Tun was. Nein. Husch. 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 Dobe. Stacheln. Und Dillaborter. Sehr schön. Wir würden gerne hier hin. Dann nach rechts. Und dann Hauptraum die beiden Räume erstmal rechts abklappern. Genau die beiden. Äh. Nicht so wirklich aufregen. Äxte. Bei dem Schleim brauchen wir eher die Chakramen. Ja. Aber damit ganz viel auf einmal treffen können. Und selbst der Level 1er Doobers. Also der aus dem 1er Gebiet. Ist kein One-Hit beim Baba. Das ist doch albern. Puschelwuschel auch nicht. Oh. Dover. Hat ihn doch getroffen. So. 313. Komm. Das müssen wir noch höher bekommen. Was haben wir hier? Gegner, die wir nicht rankommen. Außer wir hätten die Axt doch genommen. Nein. Nein, 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 nein. Wow. Hey, hey, hey. Nö. Komm. Das könnte knicken. Nicht mehr Hühnchen. Oh, da lebt ja noch was. Also, ne. So. Gut, dass du keinem was warst. 9000. Einer von euch. Du was. Jo. Oh, mein Feuermagier in die Ecke gedrängt. Ist trotzdem tot. Oh. Sehr schön. Und der Wald. Schöner, entspannender. Wald. Genau. Warum kannst du eigentlich hier hoch zaubern? Ist doch voll unfair. Oh. Aber hey, wir sind gleich voll. So. Warte, bis der gespuckt hat. Zurück. So. Oh nein, Hund. Ich will hier nicht vom Hund getroffen werden. Ich will hier weg. Schleime. Irgendwelche Engelchen. Ja, nee. Ich glaube, ich gehe jetzt zum Teleporter. Und gehe zur Hölle. Das, ne. Sinn und so. Also, da schießt sich ein Barbar. Müssen noch sinnvoll handeln. Oh, apropos. Der Schrei von dem Barbaren. Den habe ich auch lange nicht benutzt. Vielleicht pustet der ja auch alle Schleime weg. Und diese doofen Magier. Und was weiß ich. Oh ja, erst mal Boss finden. Den haben wir noch nicht gefunden, richtig? Richtig. Wir haben nur einen Raum aufgedeckt. Bisschen ja. Dass nicht so wirklich vieles. Runter, runter, runter. Oh, oh, oh. Nee. Komm schon. So. Einer von denen tot. Du bist Bustelmuschee. So. Okay. Auch tot. Du wirst ein paar mehr Schläge brauchen. Du haust zweimal zu. Richtig. Hühnchen, sehr schön. Triffst du unseren Kopf? Nein. Komm schon, noch Hühnchen. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber... So. So. Nur drei Lebenspunkte für ihn hier. Wow. Da müssen wir weitergucken. Hier soll links eine... Oh, warte mal. Aha. Secret. Ist... Eher ein bisschen übertrieben für eine Holzkiste, oder? Na gut. 11.000. Swoosh, swoosh. Swoosh, swoosh. Wo könnte der Boss jetzt noch sein? Momentan haben wir, glaube ich, hier... Doch nach unten können wir. Unten klingt doch gut für den Boss. Gerade wenn es die Hölle ist. Schnell, schnell, schnell. Oh, oh. Das war nicht schnell genug. So, du bist schon mal kaputt. Du stehst da echt ungünstig. So, noch mal eins. Zwei. Das regnet Gold. Wie geil. Oh. So. Und den Zustand meinte ich. Wenn man Gegner bekämpft und die Trocken einfach so fünf, sechs Goldmünzen... Und das klickert dann so schön beim Einsamhänden. Und Boss. Zing. Zing. Und rein da. Blub, 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 blub. Herodotus. Komm her. Du willst auf die Plattform vor mir springen. Komm, spalt dich. Oh, kommst du jetzt aber mal ja. Sehr schön. Gleich Lebenspunkte hinterher bekommen. Oh. Drei Treffer. Vier Treffer beim Magier. Das ist jetzt nicht so schön. So, du brauchst nur noch einen Treffer. Du brauchst auch nur noch einen Treffer. Kaputt. Sehr schön. Oh, 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 oh. So. Zwei Magier im Umlauf. Alles noch managbar. Auch wenn es ein wenig hektisch wird. Vor allem wie den ganzen Schleim. So, einer kaputt. Durch Grit. Oh. Komm. Triple, triple, 1000 K. Oh. Das waren jetzt, glaube ich, ein paar zu viele Magier. Aber wir sind ja gerade vier auf einmal getroffen. Oh, sehr schön. Oh, hier ist ja noch einer. Das tritt sich ja gut. Wollte ich gerade töten. Oh, ganz viele kleine. Das läuft ja erstaunlich gut. Wow. Ich hätte nicht nach unten gucken sollen. So, kommen alle mit. Ein, zwei kleine bringen wir um. Damit es ordentlicher wird. Jautsch, 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 jautsch. Jetzt fress ich einfach ein bisschen Schaden, um die alle kaputt zu hauen. So. 147. Ist noch vollkommen okay. So, ganzer Kleinkram hier. Weg, 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 weg. Oh. Yikes. Komm schon ein Schaden da einmal durch. Sehr schön. Das tat weh. Also den ganzen Schleim zusammengenommen. Alle kleinen Teile. Und ich glaube, wir haben ihn gleich. So, kaputt. Du bist auch kaputt. Du da spaltest dich gleich noch einmal. Danach zerstückeln wir dann den Brut. Und haben gewonnen. Dich bringen wir noch um. Vollständigkeit halber und so. Aha. Sehr schön. Und kaputt. Yay. Wusch. Eine Gold-Explosion. Ist auch nicht schlecht. Gib mir was Tolles. Angriffskraft und zweimal Lebenspunkte. Das ist sehr toll. Und wusch. Sehr gut. Also, theoretisch könnten wir das Spiel spenden. Praktisch werden wir das auf keinen Fall tun. Oh, das ist eine Selbstschlussanlage. Das ist ein komischer Raum. Äh, genau. Praktisch werden wir das nicht tun. Denn wir wollen es erst mal schaffen mit einem Gegner. Äh, Quatsch. Mit einem Helden. Den gesamten Dungeon zu plieren. Was wir aber eigentlich schon einmal geschafft haben. Aber halt nur fast. Und sobald wir das geschafft haben, starten wir das neue Spiel. Dann wird das Ganze wieder ein bisschen schwerer. Aber nicht so wirklich, denke ich. Da wir halt so viele Ausrüstungen haben. Und danach geht der Ernst das Leben los. Nämlich New Game Plus Plus. Oh. Komm. Yay. Spuck doch nicht immer dieses grüne Zeug. Oh. Und trifft mich schon gar nicht damit. So. Kaputsch. Kaputsch. So. 23.000 Goldmünzen. Sehr schön. Dafür hole ich mir auf jeden Fall schon mal das nächste Gold-Upgrade. Ah, dieses Gold-Pfinde-Upgrade-Dingens. 23.800 Gold. Sehr schön. Aber wir halten nur noch einen Treffer aus. Das heißt, irgendein Möchtegern-Gegner wird uns gleich umbringen, nachdem wir deren Boss getötet haben. Haben wir noch irgendwo was? Warte mal. Wie sind hier jetzt? Da war der Übergang zur Hölle. Oh. Das ist nicht der Übergang zur Hölle. Die Statue haben wir mitgenommen. Okay. Dann der Bossraum von der ersten Etage. Haben wir mitgenommen. Eingang. Da war keiner mehr. Übergang zum Maya-Gebiet. Auch keine mehr. Übergang zum Wald. Auch keine mehr. Nö. Das heißt, wir können uns jetzt eigentlich nur ausrufen, wo wir sterben wollen. Und dann sterben wir doch mal lieber im Wald. Das ist schön friedlich. Also wenn die Monster irgendwann wieder weg sind, dann wird es schön friedlich sein. Ich lasse mich garantiert nicht durch den Wolf töten. Nee, das könnt ihr knicken. So. Komm her. Ihr bringt Lebenspunkte. Was natürlich richtig schön wäre, ist, wenn wir es mit diesem Barbane schaffen würden, alles zu klären. Aber da müssten wir uns richtig anstrengen. Tierisch Glück haben und was weiß ich. Und hier sind drei Augen auf der Karte. Das macht das Ganze schon mal dezent schwieriger. So. Schon mal wenige Augen. Vier Augen. Wow. Okay. Wir dürfen jetzt schon mal ein, zwei Treffer aushalten. Das ist sehr gut. Was zur Hölle ist hier oben eigentlich? Achso, es geht weiter nach oben. Äh, nee. Nee, 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 nee. Nee. Nee, nee. Oh. Das muss echt nicht sein bei den Jungs da. So. Machen wir drei Lebenspunkte und weg hier. Weg, weg, weg. Karte sagt, wir könnten... Ah, da war der Wolf. Obwohl jetzt haben wir genug Lebenspunkte, dass wir uns nicht von hinten können. So. War zwar vielleicht ein bisschen Überkill für einen Wolf, aber ich hab's nicht so mit denen. Jedenfalls in dem Spiel hier. Real life ist alles gut, aber hier, ah, ah.